Oh, oh, yes, yes! Oh, 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 Gott! einem wichtigen Sammelpunkt ein riesiges Waffen- und Fahrzeuglager. Ihr letztes Versorgungsdipot in der Region. Sie müssen es ausschalten. Vernichten Sie alles und unterbrechen Sie die Versorgung. Das wäre ein weiterer Schritt zum Sieg. Wie ist das? Warte mal. Bin ich nicht in der letzten Folge gestorben? War das nicht so? Nee, das ist schon wieder ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Aber ich glaube, beim Ganzen... Jep, ich bin gestorben. Scheiße, scheiße, diese Aufgabe, die ist zum Kotzen. Nein, nein, bereit. Ihr Perimeterpatrouille, alles klar, kein Feind zu sehen. Scheiße, diese Aufgabe, die ist zum Kotzen. Zielgebiet sichern. Los, meine Freunde! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Bereit zum Angriff. Einsatzziel erreicht. Und sogar das Bonusziel. Hm. Bonusziel erreicht. Oh yeah. Treffpunkt bestätigt. Verstärkung und eingetroffen. Empfange Nachricht. Infiltrieren Sie über die Wartungsbrücke das Not-Nachschublager auf der anderen... Wies ich doch schon, wies ich doch schon. Wrigs sind Unterstützungseinheiten, die eine vorgeschobene Basis errichten. Die vorgeschobene Basis ist eine schwere Defensivstellung, die beschädigte Fahrzeuge in der Nähe automatisch repariert. Guuuut. Guuuut. Geheimdienststaaten aktualisiert. Infanterie-Trupp. Qualiter kampfbereit. Und so, das machen wir auf eins. WMT, wie ist der Plan? Genau. Genau, und den Scheiß machen wir auf zwei. Auf Empfang. Ziel bestätigt. WMT erwartet Befehle. Unterwegs. Erwarten Befehle. Feindliche Einheiten in sich. Sind bereit. Commander. Waffenklammer. GDI-Einheiten wollen über die Brücke. Zerstört sie! Einheit wird angekündigt. Commander, wir wurden entdeckt und dort hat die Wartungsbrücke zerstört. Wir müssen ein Ingenieurteam einfliegen, um die Brücke zu reparieren. Erwarten Befehle. Infanterie-Wartenbefehle. Wir müssen die Flugabwehr... Ja, ich weiß Bescheid. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Verstand. Feindliche Einheiten in sich. Unterwegs. Siege mit bestätigt. Ah! Hatter-Division ausritten. Schafft Platz. Angriff läuft. Feuerzone bestätigt. Oh yeah. Wir kennen ihre Position. Feindkontakt. Siege mit bestätigt. Siege mit bestätigt. Und in sich. So. Feindkontakt. Wir kennen ihre Position. Einheit befördert. Wir wären dann soweit. Vernehmen wir keine Zeit. Haben sie eben wie wir. Hmm. Die gute Frage ist, wie gehen wir das diesmal an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss jetzt so spielen, dass kein Ingenieur drauf geht. Angriff läuft. Angriff läuft. BMT, wie ist der Plan? Der Reit für Angriff. Einsatz zu erheb. Wir bringen ihn Verstärkung, Commander. Ist risch, Keule, ist risch. Hm, es ist besser, wenn ich die in so ein Scheiß-Dings reinstecke. Verstärkungen eingetroffen. Ich glaube schon, oder? Alles klar. Jetzt nichts wie weg. Werden zu viele Ingenieure neutralisiert, wird die Mission abgebrochen. Panzerdivision. Verstanden. Es kann losgehen. Wir kommen. Predator. BMT, wie ist der Plan? Wollen die nicht noch reinhalten irgendwo? Operation läuft. Haltet durch. Ich bin der Kampf bereit. So. Raketen bereit. So. Hier hin. Reparieren Sie die Brücke mit einem Ingenieur. Das ist mir schon klar. Keule. Unterwegs. Rigg, einsatzbereit. Und los. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm, komm, komm. Sehr schön. An die Arbeit. Sind bereit. Die Maschen sind am besten. Das ist eine exzellente Frage. Raketentrupp kampfbereit. Ne, geh rein, du Schmuck. Ich kümmer mich um an. Reparieren Sie die Brücke mit einem Ingenieur. Brücke repariert. Ich wünsche, sie sollten wir da reingehen. BMT erwartet Befehle. Unterwegs. Packen wir ein und verschwinden wir. Erwartet Befehle. Befehle in sich. Zielgebiet bestätigt. Einheit wird angegriffen. Angriff läuft. Angriff läuft. gruppentransporter repariert sehr schön gut warten auf einsatzbefehl bmt erwartet befehle ja alles bereit zum dienst muss man auf drei es kann losgehen die menschung zwei halte durch das ist alles so ich wissen wie es richtig angehen soll das ist alles so was denn das wort ist warte mal habe ich hier noch warte mal ich muss mal kurz was gucken ich muss mal gucken ob ich ja die ganzen eingesammelt habe weil ich habe einen plan ist hier noch was in sich als maul der fettnopatronik nicht alles weg zu sein einheiten kündig gebrauchen hättchen bauf also ich würde sie so verkratzen in sich als maul weil in der letzten folge wo ich gestorben haben wir ja gesehen aha hier ist eine melde station und wenn ich ihn aufhebe und reingehe habe ich quasi trotzdem in über und dann müsste ich da rein theoretisch hoch solche mädel bauen können wo ich die gegner einnehmen das ist mein plan da welche zu bauen dass ich immer welche auf vorrat da habe quasi nehmen sie diese rüstungs plattform ein und jetzt mal genau und genau die hier mensch die hier wurde es wurde das bild gerade zu sehen wo wo hier kommen jede menge noch fahrzeuge stehen einfach so rum hilflos wir kennen ihre position True, true. Hier oben ist noch eine Basis, die schon noch kaputt machen muss. Das wird richtig kacke. Oder warte mal, wenn es die ganze Zeit die Leute kommen... Wenn es die ganze Zeit die Leute kommen... Predator-Crew bereit. Predator-Kampf bereit. Wäre das nicht schlau, hier zu warten, bis ich auf Stufe Zwerg und so bin mit Pau-Panzern? Oh, ich will nur auf Zeit spielen. Das ist ja auch scheiße. Ah, das ist alles so einfach. Ach. Ach. Die Einheit wird angegriffen. Predator. Auf der Tag. Feuer. Oh, die Tesla-Spule. Ach so, Nord-Tesla-Spule, die schießt den Laser ab. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Panzerdivision ausrücken. Das ist kacke. Ah, das ist kacke. Scheiße, ich warte in die Mission nochmal. Es kann losgehen. Warte mal, ich gehe mal auf Erkundungsreise. Ich will mal oben gucken, was die oben haben. Ich glaube, die haben auch ein Flugzeug und so eine Scheiße. Ich will mal gucken, was die dort oben haben. Haltet durch. Nieder mit ihnen. Unterwegs. Näher an uns Ziel. Unterwegs. Unterwegs. Feuer. Wir kommen. Näher an uns Ziel. Unterwegs. Unterwegs. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Halt es mal. Operation läuft. Komm. Unterwegs. Unterwegs. Ich will mal gucken, was die hier oben haben. Haltet durch. Ziel besteht nicht. Unterwegs. Wir kommen. Wenn die hier oben zu wenig haben, gehe ich lieber erstmal hier oben rein. Haltet durch. Haltet durch. Haltet durch. Einheit befördert. Operation läuft. Einheit verloren. Scheiße. Okay, okay. Ich würde sagen. ich bin doch auf laden gegangen blöde sau so will ich das haben es kann losgehen truppentransporter raketen bereit raketentrupp vorwärts verstanden commander marschbefehl bestätigt commander operation läuft einheit wird angegriffen unterwegs zum angriff näher an uns ziel wir kommen so haltet durch feuer unterwegs weil ich vielleicht schaffe ich das mit den teilen ruhe wir kommen operation läuft einheit wird angegriffen unterwegs feindliche einheiten in sich sehr schön operation läuft haltet durch ziel bestätigt ziel bestätigt zum angriff ziel bestätigt einheit wird zaubert macht sie fertig au Hack ziel bestätigt ziel bestätigt feuer zu macht sie fertig operation läuft Zurück. Zurück! Die Idee ist gut. Bloß an der Umsetzung Hobbits. Die da oben können ich locker rannehmen. Das ist kein Problem. Das ist kacke. Das ist alles nur so einfach. Geh ich denn erstmal hier oben hin? Geh ich denn erstmal hier oben hin? Nimm das ein. Und das hier. Der Rest mache ich kaputt. Und dann baue ich mir solche einen Nebenkunden. Dann habe ich das mit dieser Seite sicher. Dann könnte ich hier oben die Station hier aufbauen. Und dann hier die Panzer hinstellen. Das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem sehr guten Plan sogar. Das tun wir an der Sache, dass wir die Panzer kennen. Nichts ausrichten gegen die Flugzeuge. Dann nehme ich die mal raus. Hier rein. Jetzt wird die Leiter schon drin. Ja, ich will nur auf Zeit spielen. Das finde ich so lame. Warten auf Einsatzbefehl. Ein bisschen Action soll ja auch dabei sein. Erwarten Befehle. Es kann losgehen. Predator. Auf Empfang. Gruppentransporter. Bereit für Angriff. Ein bisschen Stützpunkt in sich. Unterwegs. Nieder mit ihnen. Unterwegs. Predator. Kaffeeberleitung in sich. Ein Hektar. Predator. Kaffeeberleitung in sich. VNP erwartet Befehle. Ein Kaffeeberleitung. Ein Kaffeeberleitung. Hier kommt. Macht sie fertig. Unterwegs. Geist du närrisch, Alter, kommt dort weg. Verdammt. Alter, die sind doch alle lebensmütig. Die sind doch alle. Verliehen wir keine Zeit. Predator Kampfkommander. Die sind jetzt schon wieder fast tot. Ich kenne es so kotzen. Ein Hektar. VNP, wie ist der Plan? Wo verschicken sie sich? Inno. VNP erwartet Befehle. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Alter, das ist doch krank, Alter. Ich komme hier gar nicht. Fuck, ich kann gar nicht richtig irgendwas machen. Das gucke ich mich jetzt richtig an. VNP, wie ist der Plan? Ein Hektar ist angegriffen. Wenn ich zu jeder Seite hingehen, kommt auf der anderen Seite wieder jemand. Was ist da? Was ist da? Das fuckt mich jetzt schon ein bisschen ab, ey. Gut, die sind alle davon aufgestiegen, quasi. Da ist schon zu stehen. Wo kommt denn jetzt wieder her? Das ist doch krank. Warte mal. Ah, ich muss hier mal ab und zu mal speichern, hier. Einheit befördert. Feindliche Einheiten in sich. Operation läuft. Zeigen wir es ihnen. Waffen klar machen. Nieder mit ihnen. Feuer. Zeigen wir sie. Haltet durch. Nähern uns Ziel. Einheit wird angegriffen. Und wieder zurück. Haltet durch. Sehr schön, sehr schön. Kommt die nächste Truppe. Ja, ja, das gefällt mir. So gefällt mir das. So macht das Spaß. Richtig Spaß. Ich muss mir schon bloß überlegen. Alter. Du Tricksal. So, das haben wir alles auf zwei. Wir kommen. So, das kommt wieder rein. Haltet durch. Nähern uns Ziel. Feindliche Einheiten in sich. Wir haben noch nicht genug. Der ist scheiße. BMT erwartet Befehle. Einheit zu Saga. Haltet durch. Operation läuft. Oh, ja. Ja, Stern, Alter. Yes. Auf das habe ich ihn gearbeitet. Genau, auf das habe ich ihn gearbeitet. Scheiße, ich werde ihn verlieren. Holt sie euch. Ich glaube, er ist mir scheißegal, Schöp. Wo kommt denn die her? Diese Bastarde, Alter. Diese Bastarde. Unterwegs. Unterwegs. Feuer. Komm her, du kleiner Bastard. Unterwegs. Nähern uns Ziel. Ach, zum Kotzen ist das. Ziel bestätigt. Die haben keine Chance, Alter. Die haben keine Chance. Macht sie fertig. Ziel bestätigt. Ja, die heilen sich selber. Ja, die heilen sich selber. Ich finde es aber kacke, dass die Menschen getötet haben. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen. Zum Angriff. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Einheit wird angegriffen. Zum Angriff. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Einheit wird angegriffen. Schöp. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ingenieur neutralisiert. Ingenieur neutralisiert. Es wurden zu viele Ingenieure neutralisiert. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Mission geschafft. es ist so zum kotzen okay das ist noch nächsten folgen für paria rein das blatt machen alles einnehmen und fertig okay wir sagen dass wir müssen diesen hat wieder von commander conga tb in wars mit sam kamikaze meine wenigkeit und ja so